Willkommen zurück zu V4Livung. Immer noch die Vorrunde. Die wird auch noch lange weiter gehen. Die wird noch lange dauern, das Spiel kann gefühlt drei Jahre gehen, aber es könnte sein, dass wir noch zehn paar rausbringen, die sind immer noch alle in der Vorrunde, aber gut. Die V4Livung gehen uns nie auf. Genau. Das Spiel braucht ein bisschen lange dafür, das ist das Problem. Also wenn man so fünf Verschmieden und durchscrollt und alles ablehnt und nimmt dann, ja. Ja gut, aber der tut so gut. Dann dauert es 25 Minuten, weil ich darauf wollte schon aus. Früher war das nicht so, aber heutzutage ist das auch schon so. So, aus Nonstermusung. Ein deutlich nach links. Hier ist so gut, Alter. Das muss ich nicht verstehen. Das ist wahrscheinlich wieder gekannt. Kuh und Toadolimono, ja. Hast du nicht gesehen, ne? Ne. Okay. Ahja. Megumin, 14-Jähriger, wo seid ihr, ne? Ähm, ja. Ja? Ja, warte. Let's go. 7 und 6. Es ist den meisten. Ja, nachher. Aber das, das, ne? Das ist der Scotte von Lost Pause, ne? Ja. Ja. Nee, Bruder. Also nein. Die hat sehr viele Waifu-Stimmen. Aber ich würde schon nach rechts machen. Ja. Weil sie ist halt irgendwie neun oder so, oder? Sie ist elf. Elf, aber 62% Waifu. Was ist da passiert? Ah, die sieht so unnatürlich aus, Alter. Ach, Alter. Aber ja, die... Schweine legit! Aber, musst du wissen, mir egal. Ich lasse durch. Okay. Weil das ist das Problem, ich hab, äh, Befehl. Auf euch. Ja. Schön, dass ihr wieder da seid. Dass ihr immer da seid. Ich bin auch froh, dass ich wieder da bin. Das ist doch voll seltsame Werbung. Äh. Äh, ich hab keine Ahnung, was das ist. Und das... Recreators. Hey, ich will irgendwann auch wissen, was das ist. Also, nicht das, was ja in mir ist, sondern... Oh! Kamegekill. Ja, die war so geil, Mann. Wo die gesagt hat, Yola spumst. Fand ich gut. Ja, schon gut, Alter. Äh. Hier für mich. New Gun. Kennst du nicht? Ne. Okay. Äh. Ja. Ich glaub, so'n Panzer, Alter. Ich weiß, wer da ja sagen würde, aber wir haben's nicht gesehen. Ganz odd, Panzer. Äh. Ja. Ganz schön. Hast du, glaub ich, die weibliche Hauptcharakterien sag? Ja. Alter, Origami. Origami, Alter. Ja, schon, ne. Aha. Alter, also, Kilo, ich stimme nicht zu. Oh! Ja. Ja. Ich mein, schön, wie der wieder, weißt du, wie der Oberkörper wieder verschwindet, irgendwie. Ja, das muss man nicht verstehen, Mann. Also, Hintergründe kann man besser wählen. Was für... Okay. Nein. Bro, Bro, das ist halt... Das ist halt nicht mal... Das ist halt nicht mein Girl. Nicht okay. Auf euch. Schön, dass ihr immer da seid. Danke, dass ihr immer da seid. Das ist halt ein Dude. So. Ja. Nee, Bruder. Ja. Ja, nee. Also, ich weiß nicht. Ich glaub, die sagt halt wirklich schon mein Blut. Nö. Bro. Ich meine... Hast du das gesehen? Nö, aber ich nicht. Okay. Äh, das hast du gesehen. Ich würde sagen, wahrscheinlich ja. Ah, ja, ähm... Schon. Ach so. Ähm... Ja, das könnte einmal nach links machen. Ja. Juna nach rechts. Das ist nicht... Doch. Als es den Film schon gesagt hat, kannst du skippen. Das ist der Charakter da, den du gleich auch 5 Minuten kurz hieß. Aber komplett irrelevant ist. Äh, aber ich kann mich an die nicht mehr wirklich erinnern. Aber ich tue sie... Ich... Ich... Ach, tue ich aber noch recht. Ehrlich. Hm. Äh, äh... Die möchte ich nicht als Ralf. Nee. Aber die eigentlich ganz cool war als Charakter und so. Ja. Danke. Dass ihr immer da seid. Wird schon wieder, Alter. Ich dachte wir haben alle Kale im Charakter. Nee, es gibt noch völlig. Ehh. Guck mal, Alter. What. Oh, wie noch was macht. Ja, das ist aber gar nicht. Ohhhh... Weißt du, die tun wir einmal einmal nach links und dann... Weißt du, die tun wir einmal nach links und dann... Wird's eh nicht weit kommen. Okay. Okay. Also, das mit den Augen finde ich gruselig. Ich meine, das ist das, was so gruselig ist, findest du wirklich? Ja, tatsächlich. Also, ich meine, wir können die nach links packen, aber ich kann dir soviel sagen. Ich werde es nur nach rechts heißen. Ja. Lol. Ja, mittlerweile... Oh, was? Achso, ich dachte... Du feierst die doch total. Früher. Früher. Aber die wollte ich ja nicht als Weife haben, ich mochte ihren Charakter. Ja, das ist wie rein Wokalor. Also, ich mochte ihren Charakter mit 14, also. Aber was mochte ich mit 14 nicht? Ich hab keine Ahnung, was ist. Das hast du nicht gesehen, ne? Nee, ich hab nicht mal von gehört. Ich auch nicht. Ja gut. Ja, wir machen es doch einfach mal. Ja, wir machen es doch einfach mal. Wir sind auch nicht weit... Wir würden eh nicht weit kommen. Ich glaube, das weißt du selber, weil... Dann gibt's bessere. Okay, FBI, Alter. Aber krieg die wieder ein Gesicht, Alter. Weißt du, die kriegt so richtig einen guten Sprite, wo... Ja, ne? Na gut. Aber... Hast du nicht gesehen, oder? Ich hab's nicht gesehen. Ja gut. Na, FBI so. Also, weißt du... Ja, klar. Mehrheit Wifo einfach. Natürlich. Weißt du, einfach... Ja, schon. War gut. Wir haben so viele leckere Wifes einfach rechts geswiped. Aber da war ich wahrscheinlich ein bisschen zu schnell. Kein leih... Warte mal. Welche ist denn das? Ist das die Mutter? Ist das... Ich weiß gar nicht mehr. Ich hab keine Ahnung. Das ist die kleine. Ne, aber die ist so groß hier. Guck mal. Das ist die Sprite. Aber Ilias Feel ist... Achso, du... Ja, ne. Das ist nicht die Mutter. Ach, weißt du was? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die beiden verwechselt. Ich kümlich immer. Ne, ne. Also Ilias Feel ist auf jeden Fall die normale. Okay. Also auf jeden Fall nach rechts, würde ich sagen, oder? Ja, die... War nervig. Auf euch. Ja, mann. Ich hab noch keine andere Werbung bekommen. Vielleicht kriegen wir ja noch, bevor das Video endet, eine neue, wa? Ja, unten haben wir Pony, die kämen zu Holland und retten die Stadt in Lego oder so. Ja, Maple war Standard. Also die kam weg. Na, na, nee. Ja, die war ganz okay. Dann tun wir sie mal nach links. Alter, das war diese King Creebsen-Referenz in No Game No Life. Ja, genau. Aber die gilt dasselbe wie für, ähm, Shiro. Ja, die würde ich eh nie nach links fragen. Und ich war da auch nur wie zwei Folgen Screentime. Blank. Ja, nur... Ha! Ziemlich blank. Ha! 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 Oh, das war von Brut... Nee. Sorry. Guter Charakter, glaub ich, aber... Äh, ja. Hast du nicht gesehen, ne? Nö. Okay. Also das wiederum habe ich gesehen. Ja, oh, das ist nicht einfach. Ich bin ehrlich gesagt, ich würde sie nach links wipen. Ja, Mann. Auch wenn sie sich weit kommt. Hm. Angel Beats war das wirklich schön. Ja. Danke, dass ihr immer da seid. Im Nachhinein werde ich's mir heute noch mal anschauen, weil du wirst ja nicht mehr so feiern. Ja. Gut. Das Ding ist halt, als Waifu halt echt nicht für mich. Nee, ich auch nicht. Hm. Ich weiß nicht, was das so ist. Hm. Oh. Ist halt... Eigentlich ist das sowas ähnlich wie Love Life. Eigentlich kriegst du nach rechts Weifu Master. Ja, ja. Eide Master hab ich tatsächlich. Klinge schon. Und... Warte, das war da weiß ich. Eine Zundra da? Ich weiß es echt nicht mehr. Aber gut, auf jeden Fall. Ich lasse das nicht. Also Rem? Ja, klar. Kann man sich gönnen, ne? Auf jeden Fall. 73 alter Overkill. Oh. Die will ich mal direkt nach rechts sagen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ja, ich weiß. Also Guildgirl ist halt im Light Novel noch ziemlich geil. Also... Ja. Das sehen die meisten nicht so, aber... Die haben halt ein Anime. Also nein, Bruder. Nee, Kaiji nicht. Ach komm, gib mal eine andere Werbung, gönn mal. Danke, dass ihr immer da seid. Wir sind immer da. Wir hatten Grund, warum wir es sagen. Wir sind immer da. Ich glaub, wir haben so viel Geld an uns verdient schon. Ach, das ist wieder Ruby. Ich verstehe. Ich fand echt viel zu viel Geld für die Werbung wahrscheinlich. Ähm... Ja, natürlich. Ja, schon. Aber man muss ja vom Charakter auch mögen. Ja, hab ich nicht gesehen. Das ist schon ewig meine Watchlist. Aber ja, schon so. Ja, kuchen mir auf jeden Fall, ne? Ja, Mann. Ja. Einziges Geil in Dinge, wo ich sagen würde, ja. Hm, ich hab noch ein paar. Wo ein paar vielleicht nicht. Auf jeden Fall noch ein. Welche denn? Nein. Ein Highersucker vielleicht. Äh... Ja, die, die... Ja, genau die. Ja. Okay. Bei der würde ich sagen, nein. Du meinst hier. Hier. Ich bin... Der Monogatrix, der versteht warum. Hm. Also Second Season. Nein, das war Second Season. Ich bin nicht, dass ich ja. Ich hab keine Ahnung mehr. Viel zu viele Seasons. Ja, das stimmt. Und das? Äh... So? Ich weiß nicht mal, wir wussten nicht mal, dass es existiert, aber... Prototype. Mhm. Das ist auch nichts Besonderes. Nee. Äh, Mann. Nein, wirklich nicht. Den eigentlich hab ich gesehen. Weißt du, die hat einfach... Die ist so blank wie ein Brett, aber... Ja, Plot. Ja, wie du meinst. Nee, du... Ach ja, das kennt... Nee, Mann. Die war... Es gibt ja einer, die auf jeden Fall ausdingelt, aber nicht die. Äh, genau. Mhm. Ich meine, bei gewissen Einwohnern haben wir das nicht gesehen, was... Oh ja, die... Ja, Alter. Du hast ja auch die OVA gesehen, oder? Ja. Ja, war das gut. Ja, wir können richtig gegen die Generals. Also die ist halt schon hart. Ja, aber die ist halt so charakterlos. Also du hast eine Runde. Ja, eine Runde. Wie gesagt, ich würde... Ich würde von Naruto nur noch eine nehmen. Danke. Ja. Dass ihr immer da seid. Aber ich finde, Naruto hat nicht das Charakterdesign dafür, also... Eigentlich an sich. Ja, ich schon. Also ich finde schon. Ich finde... Ja, ich... Ich finde das einfach... Sehr weird, so. Ich finde generell die Big Three... Außer der One Piece, muss ich sagen. Da würde ich schon bei einigen sagen... Vom Aussehen her zumindest, ja. Hm. Vom Charakter her weniger. Ah, das... Weißt du, da hab ich... Ich hab noch nie den Film gesehen, aber das reicht mir schon. Okay. Aha. Holic. Hast du nicht... Ich weiß. Nee. Ja, klar, Alter. Oh Gott, nein, die war schrecklich. Oh mein Gott. 72%... Ja, natürlich. Place further in the universe, ja. Ja, nach rechts. Ich kann nur sie nicht beurteilen. Achso, ja, dann kann ich's beurteilen. Also... Oh, ja, dann kann ich's beurteilen. Oh, ja, Sneak gespielt. Äh, pardon, ähm... Awakening nicht gespielt. Kaski... Genau, Korra... Ja, nee... Oh Gott. Nee, da gehen mir gerade Dinge durchm Kopf. Ja, aber weißt du, wir haben sie ja noch nicht gesehen. Wir haben sie ja noch nicht gesehen. Nee, ich weiß. Es hat bei uns... Oh, weißt du, wieder... Das ist so ein Game und das Kicker, aber... Ja, in Anime, den haben wir glaube ich sogar bei der Planning. Und weißt du, ja. Safe. Ja, also da hab ich Zeug von gesehen. Sehr beeindruckend. Ich nicht, aber... Ich hab das sehr viel von gesehen. Die auch sehr... viel vorkommt. Mhm. Weißt du, fuck, wie alt das die... The Hentai Prince and the Stoney Cat. Weißt du eigentlich... Einfach aus Prinzip jetzt rechts. Nein, nein, nein. Das kann es nicht bringen. Bro. Hab ich gesehen, also, ne? Nee. Also, ich zentiere es schon mal. Aber du kannst auch einmal Ja machen. Oh, ja. Wieso? Ja. 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 Ja, komm. Ich mein, jetzt hab ich irgendwann auch mal geschaut. Weil ich nicht alles schon mal geschaut haben wollte. Ach, das war dieses Snow-Dings-Anime. Nee, nee. Ja, genau. Na? Nee, Bruder. Nee. Pac and Titan legit niemanden. Ohne Witz. Nee, genau. Obwohl die Queen hast. Historia? Nee, die... Nee. Keine Ahnung. Vor allem... Meine... Hast du, hast die Frust gesehen? Ich hab's nicht gesehen, nee. Also, musst du entscheiden. Nee, hab ich auch nicht gesehen. Achso. Keine Ahnung. Also... Ich mein, ich hab's zwar gesehen, aber... Ich hab nicht weit genug gelesen. Ja, das... Das seh ich schon richtig. Ja, 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 ja. Okay. Ich mag die eigentlich alle in Goblet Slayer. Hm, nee. Ja, ich weiß, ich mach... Ihr war noch echt nicht mehr. Der Kottel-Rival darf es dann immer lieblich sein. Und das heißt, das nicht wirklich ist. Ah... Eigentlich... Nee. Weißt du? Ah... Was ist denn das hier? Ja, Leute, ich hab Persona... Ich hab Persona 5 und Persona Roy gespielt. Ich kann das beurteilen. Ja. Ja. Ich hab mal rechtes Tagen. Ja. Das hab ich wiederum gesehen. Ey. Noch fünf Urteilen, also ohne zu skippen. Ja, okay. Was ist denn das? Achso, ja. Hab ich nicht gesehen. Ach, das ist... Ne. Nein, echt? Ja, weißt du was? Ja, ich hab's aber gesehen. In Anime zumindest. Ja, nach rechts. Okay. Auch noch drei, oder? Hm. Dass das ein Blick ist, so intensiv. Ja. Welche denn? Welche denn? Ja, das siehst du doch. Kiss Shot Hard Under Blade ist einzeln und eingetrieben. Oh ja, dann nicht. Ja. Es sei denn, willst du ja unbedingt haben. Nein, wir machen. Dead Master. Aha. Ja, das zählen wir schon nicht mit. Ähm. Ja, halt schon, wo sie blend ist, aber ich weiß nicht, ich mag's nicht. Wie's blend ist, fuck, sieht doch gar nicht mal so klasse aus, aber gut. Ich mag's. Ja, dann... Aha. Aha. Ja, aber so will ich's denn. So will ich's auch nicht enden. Äh, ja, die ist nicht aus dem ersten Teil. So. So. Wollen wir nach wen zu suchen. Wir haben noch zwei, ne? Oder so. Oh ja. Na, das geht nach rechts. Ja. So. Wer ist die Letzte? Ich will jetzt auch so einen guten Charakter. Ja, okay. Ja, gut. Da kann man nichts zu sagen, würde ich sagen. Kannst nach rechts, aber die zählen wir jetzt nicht mit. Ich will jetzt mit dem guten Charakter hin. Ja. Das ist auch kein guter Charakter. Das kenne ich nicht, oder? Das kenne ich nicht, oder? Oh, perfekt. Da können wir... Also das ist auch kein guter Charakter. Aber... Wer könnte eigentlich da einen Cliffhanger machen? Einen Cliffhanger? Die bleiben doch gar nicht gespeichert. Ja. Ach ja, stimmt. Okay, weißt du... Da ich nicht agieren möchte... Ich will sie nach links. Jawohl. Aber sie wird nicht weit kommen. Ja, so. Auf euch. Und danke, dass ihr immer da seid. Danke. Und jetzt gucken wir, was danach kommen würde. Wer doch kommen würde, aber wenn wir nicht bekommen werden jetzt... Okay. Weißt du was? Da kann ich direkt antworten. So. Nein. So, jetzt aber. Was würden wir bekommen? Oh, okay. Das antworten wir wirklich. Hört ihr nicht mehr auf? Ja, nach links. Ja. Das war perfekt. Jetzt gucken wir gar nicht, was wir bekommen würden. Ah, okay. Gut. Leute. Es hört niemals auf. Warte mal, was? Mir fällt noch 39 Prozent, Alter. Das ist echt der Wert. Ich wusste das noch. Ich kenne die meisten Werte noch auswendig. Kennst du noch? Er spielt so oft gespielt. Ich hab das echt oft gespielt. Leute, danke fürs Dabeisein und hoffentlich weiter dabei sein, denn das dauert noch eine einige Zeit. Ja. Wirklich. Bis demnächst. Tschau. 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 Tschau.